Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ein neueres Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich sehr, heute wieder mit einem Transfer-News-Video. Und zwar kam folgende Artikel raus. Ich lese, sag euch mal kurz die Überschrift hier. Überraschender Name. Werder Bremen vor nächsten Transfer. Wir gehen auf den Artikel ein, werden wie immer natürlich meine Meinung dazu sagen, beziehungsweise das Ganze auch einschätzen, wie wir das Ganze sehen. Und da natürlich gleich über den Spieler auch noch reden. Und eine weitere Werder-Sache. Ihr könnt natürlich direkt zu Beginn ein Däumchen da oben da lassen. Würde mich total freuen. Für euch ein kleiner Klick. Supportet diesen Kanal total. Und auch gerne hier, guckt mal, ein Abo da lassen. Wir sind jetzt bei 20.575. Ihr könnt noch unter den ersten 21.000 sein. Wenn das kein Ansporn ist, weiß ich auch nicht weiter. Und dann werden wir jetzt hier gleich direkt zum Artikel rüber gehen. Ich werde euch aber unten auch nochmal was verlinken. Und zwar habe ich einen Podcast aufgenommen mit YouTube-Urlegende MrTrashback. Übrigens auch Werder-Fan. Und das ist ein sehr interessanter Talk geworden. Werde ich euch unten verlinken. Erster Link in der Videobeschreibung. Gerne mal abchecken, ja. Das ist mein Herzensprojekt. Würde mich sehr freuen. Und dann gehen wir hier rüber. Guckt mal. Das hier ist der Artikel erstmal. Überraschender Name. Werder Bremen vor nächsten Transfer. Den werde ich euch auch natürlich unten reinpacken. Und in diesem Artikel wird davon auch berichtet. Unter anderem, dass wir wohl in Gesprächen sind mit jetzt Nico und Namen. Das kann ja sein. Leuk Lapoussin. Über den haben wir hier bereits schon mal gesprochen. Wurde schon mal in der Vergangenheit mit Werder in Verbindung gebracht. Jetzt scheint das Ganze sich immer mehr abzuzeichnen. Dass wir ihn wirklich verpflichten können. Gespräche sollen laufen. Aber es wäre auch eine Ablöse fällig. Für den 27-Jährigen, der aktuell noch bei Sanjil spielt. Ich glaube, so spricht man die aus. Ich habe ja beim, ganz am Anfang habe ich mal gesagt, Sanjilus. Man weiß es nicht. Aber Sanjil sowohl. Der junge Spieler hier, der bei Madagaskar spielt. Habe ich auch beim letzten Mal schon mal gesagt. Madagaskar ist ja schon mal sympathisch. Hat in der vergangenen Saison in der Bergischen Liga 32 Einsätze gehabt. Drei Tore und fünf Vorlagen erzielt. In der Europa League kam er ebenfalls zu zehn Einsätzen. Einem Tor und vier Vorlagen sogar. Wird in Verbindung, wie gesagt, mit Werder gemacht. Auch von Transfermarkt gibt es hier so ein Wahrscheinlichkeitsding. Der ist heute über den Tagesverlauf schon mal richtig hoch gewesen. Da war der mal kurz irgendwie bei 70%. Vor allen Dingen, wie gesagt, jetzt auch bei dem Artikel, nachdem ja auch beschrieben wird, dass der Transfer sich wohl anbahnt. Ja, das muss man mal sehen. Also wenn man vor allen Dingen mal so auf das Ende des Artikels guckt, da steht, da sein aktuelles Arbeitspapier bei Sanjilus oder Sanjil allerdings noch bis 2025 läuft, würde im Falle eines Wechsels eine Millionenablöse fällig. Wie ich gerade auch schon mal gesagt habe. Ob die Bremer die geforderte Summe stemmen können, ist unklar. Gespräche sollen derzeit aber laufen. Und diese Gespräche sollen wohl auch wackeln. Das hat man auch nämlich schon ein bisschen gehört. Da ist jetzt die Frage, inwieweit ist man da wirklich? Das ist halt immer so das Problem. Das ist auch das, was wir ja auch letztens erst erlebt haben. Egal ob Insider, ob Worum, ob irgendwelche Zeitschriften, Artikel, Leute, die man kennt, Leute, die beim Stadion sind, wie auch immer, sagen, oh, da bat sich ein Transfer an. Es kann am Ende immer noch mal scheitern. Beim letzten Jahr haben wir zum Beispiel das Ganze auch nochmal in der Paradedisziplin erlebt gehabt mit Zapprit Singh, wenn ihr euch schon daran erinnert. Da war sogar alles eigentlich durch. Also das Ding war unter Dach und Fach. Man hat schon eine Wohnung eigentlich für ihn gesucht. Es war alles ready. Er ist auch schon in Bremen gewesen. Und war zwar dann am Ende, ja, Medizincheck nicht bestanden. Ding war durch. So schnell bricht dann auch sowas. Deswegen, leider muss man da immer dann warten, bis am Ende, was wirklich unterschrieben ist, auch bei dem guten Kerl jetzt hier, ist wieder ein Spieler über die linke Außenbahn. Also kann komplett links der Teil, links Mittelfeld, linke Schiene spielen. Ist wirklich ein Gegenpart zu Weiser. Das, was man ja auch eigentlich sucht. Jemand, der auf der linken Seite eben diesen perfekten Gegenpart auch spielt, der auch mit nach vorne kommt, der eben auch für Gefahr einfach der gute Flanken schlägt. Das hat er auch gemacht. Ist aber allerdings dann eben auch schon 27. Trotzdessen ist halt ein Wiederverkaufswert geblieben. Ne, nicht geblieben. Ist ein Wiederverkaufswert da. Jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Er ist nämlich erst im März 27 Jahre alt auch geworden. Hat einen Markt von 3 Millionen. Schafft man es ihn für den Marktwert oder drunter zu verpflichten, dann ist natürlich auch möglich, wenn er dann eine gute Sorge spielt, dass er mal schnell auf 5 Millionen plus geht. Und dann ist auch ein Wiederverkaufswert da. Das ist grundsätzlich immer sehr, sehr wichtig auch für Werder. Weiter wird aber auch in dem Artikel darüber berichtet. Und das ist auch das, was ich auch vor kurzem euch noch gesagt hatte. Was für mich persönlich, wo ich sehr gespannt bin, was das für ein Name ist. Ich weiß es ja selber nicht. Viele fragen mich, Nico, wer war denn der Spieler, der so gut sein soll und worüber du dich freuen wirst. Ich weiß es ja auch nicht. Chat, ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dem Spieler ist. Ob da was geplatzt ist, ob der noch kommt. Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Was ich euch aber sagen kann ist, und das wird auch in diesem Artikel hier geschrieben, und zwar folgendes. Doch damit sind die Aktivitäten der Grünweiße offenbar noch lange nicht beendet. Auch ein neuer Sechser sowie frische Kräfte für die Außenbahnen werden noch gesucht. Also Außenbahnen wird sogar geschrieben. Das heißt, auch für die rechte Seite kann ich mir aber auch gut vorstellen. Zum einen müssen wir abwarten, was mit Weise noch ist. Könnte ja auch da sein, dass er eventuell noch wechselt. Man weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Weiser ist ein Spieler, über den müssen wir das komplett aufbauen. Zur Not auch eine neue Rolle zuordnen. Da bricht man natürlich auch einen weiteren Kandidat auf der rechten Seite. Ich sage da immer noch, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Fosu Mensah eventuell noch irgendwo im Hinterkopf ist. Eventuell auch Sink Graven noch im Hinterkopf ist für die Außenbahnen. Eventuell kann man da auch ihn auf die rechten Seite einsetzen. Das müssen andere Leute beurteilen. Aber das sind so mal, um Namen zu nennen, da könnt ihr auch mal reinschreiben, was da könnten dann noch interessante Namen für die Außenbahnen sein. Und schreibt unbedingt rein, was könnten interessante Namen für die Sechsten sein, die vielleicht auch zu Werder passen und über die wir uns gleichzeitig auch noch freuen würden. Eventuell wird ja auch wirklich auch noch ein Grillitsch zum Beispiel festgemacht. Auch das können wir immer noch nicht ausschließen. Er ist ja eben Samstag von der Zwei-Mannschaft abgereist. Da wird er zur Zwei-Mannschaft gegangen. Vielleicht hat er da schon mal grob was geklärt. Man konnte sich aber noch nicht final einigen. Also es gibt so viele Fragezeichen noch. Trotzdem bleibt natürlich die Transferphase unfassbar spannend. Und ich finde auch gut, dass man auch auf der Sechs was machen will. Was natürlich aber auch klar ist, dass wir auf jeden Fall Abgänge haben werden. Im Mittelfeld nehmen wir jetzt mal an, egal ob wir jetzt einen richtig krassen Sechser kriegen oder einfach nur einen Sechser kriegen, wo wir sagen, ja, damit sind wir aber zufrieden und der könnte Stammspieler sein. Sei mal dahingestellt. Aber es heißt ja auf jeden Fall, wir sind im Mittelfeld überbesetzt. Wir haben da echt viele Spieler. Da müssen natürlich ein, zwei, drei Leute gehen. Also ein Bomben auf jeden Fall. Und dann eben wahrscheinlich noch ein bis zwei weitere. Definitiv würde ich sogar sagen, ein bis zwei weitere. Eher zwei weitere sogar, die dann auch gehen müssen. Dinchy soll ja auch verliehen werden. Neue Marktwerte sind ja auch gekommen. Dinchy hat sogar einen Plus bekommen. Da bin ich auch gespannt, wohin da jetzt die Reise geht. Aber ja, nochmal zurück zu Loic Lapoussin. Ein Spieler, der uns auf jeden Fall helfen kann über der linken Außenbahn offensiv. Ihr kennt alle meine Meinung dazu. Ich würde auf Buchanan setzen. Ich würde Buchanan das auch zutrauen. Würde mich auch sehr freuen, wenn man da ihm diese Chance geben würde. Es scheint aber eben absolut nicht so. Alle Berichte, alles, was wir auch sehen an Interessenten, wo wer da interessiert ist, geht in die Richtung. Wir suchen da einen neuen Spieler für die linke Seite. Und aller Voraussicht nach wird eben Buchanan verliehen werden. Wo wir immer noch sehr gespannt sein können, wohin er dann auch verliehen wird. Ich persönlich fände ja nicht den Weg, Championship wieder gut zu verleihen. Klar, finanziell wäre es wahrscheinlich gut. Und er kennt die Liga, das ist gut. Aber ich persönlich würde mich sogar eher freuen, wenn er vielleicht sogar in der zweiten Liga ausgeliehen wird in Deutschland. Damit er weiter in Deutschland bleibt. Und dann vielleicht eine richtig überragende Saison spielt und dann zu uns zurückkehrt. Das ist nur mal so ein Gedankengang von mir jetzt, den ich hier reinschmeißen möchte. Ja, Transferphase bleibt aber weiter entspannt. Also wir wissen jetzt, Leute, La Pussin, Gespräche sollen wohl laufen. Wie weit die sind, das wissen wir nicht. Der Transfer könnte sich aber anbahnen. Mal gucken, was da geht. Wir suchen auch weiter nach einem Sechser. Das könnte der Spieler sein, der wirklich so interessant für uns ist. Und da eben auch ein Spieler ist, über den man sich freut. Passt übrigens bei mir total auch dazu. Weil über Sechser allgemein würde ich mich freuen. Weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr aber unten reinschreiben. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich nochmal für euren Support bei den letzten Videos. Gerne immer einen Däumchen da oben da lassen. Ein Abo da lassen. Und auch an die Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank, dass ihr da treu bleibt. Viele Kanalmitglieder alle ihren Abo ja auch verlängert. Trotz Sommerpause. Vielen lieben Dank dafür. Habe ja auch gestern im Community-Tab für die Kanalmitglieder, die es nicht gesehen haben. Auch eine Nachricht nur an die Kanalmitglieder mal rausgeschickt. Was ihr vielleicht für Emojis für die kommende Saison haben wollt. Also könnt ihr auch gerne da nochmal abchecken. Da haben auch schon ganz viele Kanalmitglieder sich gemeldet. Ja, und dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus. Euer Niko und ciao. Ciao.